Schatz, lass uns wegziehen nach Damur. Weißt du, es sind schon so viele dorthin zurückgekehrt. Mir geht's hier gut. Aber es gibt ein Problem. Aus Ihrem Abfluss läuft Wasser auf die Passanten. Sollen die eben die andere Seite benutzen? Du Scheißkerl! Ich verlange eine Entschuldigung, sonst verklage ich Ihre Firma und ihn. Yasser ist sehr anständig. Ihr seid Bastarde. Lass auf! Ich glaube, sie weiß alles. Sie weiß genau, wann wir glücklich sind, wann wir traurig sind oder wütend. Genauso entstehen Kriege. Ich tu das für dich, ich tu das für die Familie. Geht man in Wort oder Tat zu weit, muss man mit einer Reaktion rechnen. Das ist normal und unausweichlich. Das ist sehr menschlich. Die Tatsache, dass sie Flüchtling sind, gibt ihnen nicht das Recht, gewalttätig zu werden. Es geht um die Wahrheit, ja? Welche Wahrheit, Tony? Du machst alles um dich herum kaputt. Alles, anstatt endlich damit abzuschließen. Du hast jemanden beleidigt. Regle das. Du hast jemanden beleidigt. Untertitelung des ZDF, 2020